Hey, wir sind Ivy, Jana und Luca und wir leben alle hier in Köln. Heute wollen wir euch die SDGs vorstellen. Vielleicht fragst du dich, SDG what? Und da bist du nicht alleine, denn viele Menschen wissen noch nicht, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt. Und aus diesem Grund haben wir heute ein paar Spots dazu gedreht. Die Sustainable Development Goals sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und die haben eine ganze Menge mit Köln zu tun. Von A wie Armut bis W wie Wasser decken sie alle Lebensbereiche ab. Wir haben zu jedem der Ziele einen Spot gedreht, der dir mehr über jedes Ziel verrät. Dabei hat jede und jeder von uns sich genau die Ziele rausgepickt, für die er sich in Zukunft besonders einsetzen möchte. Bist du neugierig? Dann klick doch einfach auf das jeweilige Ziel und find mehr darüber hinaus. Bis zum Jahr 2030 sollen übrigens alle dieser 17 Ziele umgesetzt werden. Das sind noch elf Jahre. Also, los geht's. Bis zum Jahr 2030 normalis. So, ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wo auch Informationen, los geht's. Under es